Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu Age of Empires 4, einem weiteren Multiplayer-Spiel und zwar dieses Mal ein 3 vs. 3 in Illustra-Runde. Neben meiner Wenigkeit ist einmal der Ranger hier mit dabei, grüß dich. Hallo, grüße. Und auch der Deru, der ebenfalls aufnimmt. Richtig, genau. Herzlich willkommen auch an unsere Zuschauer. Meine Soundqualität ist leider nach wie vor bescheiden. Ich bitte das zu entschuldigen. Das Rauschen im Hintergrund lässt sich irgendwie akut nicht wirklich sinnvoll abstellen. Da werdet ihr leider mit leben müssen. Und wenn ihr das Ganze ein bisschen besseres an Qualität haben wollt, könnt ihr auch bei Gears auf dem Kanal vorbeischauen. Discord filtert das nämlich so ein bisschen angenehm raus. Das tut es bei mir leider nicht. Ah, okay. Das ist ja meine Aufnahme. Das heißt, Deru's gute Stimme könnt ihr dann bei mir hören. Er ist ein bisschen merkwürdig, aber ich spiele das hier auf dem Laptop. Der Pakt 2 Age of Empires 4 ist völlig problemlos, aber Laptops sind ja so ein bisschen begrenzt, was den Raum angeht. Deswegen brauchen die ja eine relativ starke künstliche Belüftung. Und deswegen rauscht der halt ziemlich laut im Hintergrund. Das kann ich aber leider halt wie gesagt nicht so richtig verhindern, weil wenn er nicht rauschen würde, würde das Spiel nicht laufen. Ja, verstehe. Für meine YouTube-Zuschauer noch wichtig zu wissen, für die, die jetzt die Aufnahme hier sehen, ich habe jetzt aktuell noch einen Livestream am Laufen. Deswegen wundert euch nicht, also Ranger hat auch noch einen Livestream am Laufen, wenn wir hin und wieder mal auf die ein oder anderen Kommentare eingehen oder ähnliches. Die ganzen Sachen entstehen da jetzt daraus. Und ja, ich spiele das Deli-Sultanat. Eine Nation, die ich jetzt im 1-1 oder 2-2 nicht so gern spiele, weil ich finde, sie sind am Anfang etwas angreifbarer und brauchen ein bisschen, bis sie in Gang kommen. Aber ich freue mich schon auf Age 3 hoffentlich mit Elefanten. Ja, man muss mit dem Deli-Sultanat einfach ein bisschen defensiver spielen, das geht leider nicht anders. Genau. Aber ich meine, du hast ja die schöne Möglichkeit, dass du mit deinen Soldaten Welle bauen kannst. Und ich würde dir auch dazu raten. Das geht ja beim Deli-Sultanat, ja, richtig, richtig. Äh, Schocki schreibt noch, äh, viel Glück, good luck, have fun, genau. Er meint, er wäre nicht so gut. Wir haben hier mit unseren, mit unseren Nationen nach hinten raus ordentlich, Bums. Chinesen, Deli-Sultanat. Ja. Franzosen für den Early-Gain. Also da können wir schon ordentlich was machen. Wir müssen halt mal ein bisschen schauen, dass wir das Early-Gain überleben. Also wir haben ja auch ein Gegner, die Franzosen zum Beispiel. Und, ähm, wir müssen uns, wie gesagt, glaube ich, einfach ein bisschen defensiv halten. Schauen, dass ihr nicht überrannt werdet. Ich werde am Anfang halt gucken, dass ich ein bisschen Kavallerie rausbringe im Zweiten. Ich werde aber auch ein zweites Deutschland von Bauen und gucken, dass wir ein bisschen mit dem Boomer und meine Wirtschaft nicht vollkommen mobilieren. Dann schauen wir mal weiter. Also, wir kriegen das schon irgendwie hin. Das denke ich doch auch. Glaube ich, denke ich. Auf jeden Fall. So, ich gehe natürlich gleich auf Bärensträucher als Deli-Sultanat. Sollte man machen. Es ist vor allem deswegen empfehlenswert, weil du dann auch direkt deine, ähm, deine Upgrades in der Mühle schon mal in Auftrag geben kannst, wenn du direkt eine Mühle baust. Ja, die Schubkarre. Gut, die sieben Minuten am Anfang. Äh, genau. Ich wollte, glaube ich, auch noch sofort eine Moschee bauen. Ja, beim ersten direkt eine Moschee zu bauen, empfiehlt sich auch, weil du den ersten Gelehrten für laut kriegst. Und platziere sie am besten irgendwie so, dass sie halt mit ihrem Einflussbereich, also die, äh, Abladegebäude irgendwie verbindet, wenn du kannst. Hm, ja gut, Holz und Nahrung werde ich hinbekommen. Mehr geht nicht. Ja, das ist aber schon mal auf jeden Fall viel wert, weil du dann damit, also die Schubkarre schon mal ordentlich beschleunigst. Das denke ich eben auch, ja. Was hast du jetzt für eine Mapgröße gewählt? Äh, die, es gibt nur eine für 3 vs. 3, glaube ich, oder? Groß, also 6, äh, das für 6 Leute. Danach kommt, glaube ich, schon, oder? War das die? Danach kommt die... Also für 1, also für 1 gibt's 2 Mapgröße. Ich weiß nicht, ob für 2 vor 2 oder für 3 vor 2. Da bin ich mir auch immer nicht sicher. Ich glaube, das war für 2 vs. 2. So, dann habe ich nämlich... Du hast jedenfalls die, die entsprechende Mapgröße gewählt. Das war ja alles für uns Leute. Genau, die dementsprechende Mapgröße ist gewählt. Genau, ich habe jetzt hier direkt einen Gelehrten. Mit der allerersten Moschee bekomme ich einen Gelehrten. Bei jeder weiteren Moschee habe ich keinen drin. Genau, häufig. Einen kriegst du es mir auch. Aber gut, das hat mir jetzt eine Minute gebracht, ungefähr. Vielleicht ein bisschen weniger. Schnellere Erforschung. Aber immerhin. Ist ja schon mal nicht schlecht. Lappert sich halt. Das ist wie mit den meisten Drogen. Der erste Shot, den kriegst du umsonst. Für den Rest musst du zahlen. So. Ich werde relativ schnell mein Gold schon haben, obwohl ich nur mit zwei Siedlern da direkt draufgegangen bin. Aber die Nahrung ist noch so ein bisschen... Hm. Muss ich mich mal ein bisschen dran halten mit der Nahrung noch, dass ich jetzt schnell ageen kann, bitte. Wir sollten vielleicht noch so ein bisschen drüber beraten, was für Einheiten wir bauen. Ich bin am überlegen, soll ich ein knackiges FF machen? Ein nackiges? Ein nackiges wirst du wahrscheinlich nicht hinkriegen im 3v3. Ich denke, dazu kriegen wir zu viel Druck. Meinst du? Aber ich bin ja auch in der Mitte zwischen euch. Wenn ihr richtig krass auf Armee geht, also schnell ins dritte Gehen ohne Einheiten bauen. Ein Fast Fortress. Ja, sorry. Also, dafür steht es ja auch. Also, Book Rush. Ja, in Age 2 sagt man das, glaube ich, so, ne? Castle Rush, genau. Castle Rush, ja. Fast Castle, Fast Castle heißt es, ja, ja, genau. Aber genau, selbes Konzept. Ähm, ich werde auf Distanz gehen, wahrscheinlich. Also, Bogenschützen waren in anderen Worten. Ja, perfekt. Und Dero macht die schöne Kavallerie, dann sind wir alle zufrieden. Hm. Ich age jetzt mal nur mit einem Siedler, äh, Doffenwohner. Gucken wir mal, ob wir den ganzen Bums überleben. Richtig, richtig, richtig. Ich muss jetzt gleich noch ein Haus bauen dringend. Der Mürit gerade gefragt, ob der Dero einen Twitch-Kanal hat. Der Dero hat einen YouTube-Kanal mit Java zusammen. Ein YouTube-Kanal. Ja, ich bin, äh, Teil der Battle Brothers. Wir machen eigentlich, ähnlicherweise, also, beziehungsweise, wir haben bisher hauptsächlich Age of Empires 3-Content gemacht und, ja, äh, sind jetzt halt so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen und, äh, machen jetzt halt auch Age of Empires 4 im Moment. Hm. Aber wir sind eigentlich ziemlich auf Age of Empires, also das Franchise spezialisiert, so. Also schaut auf jeden Fall mal auf YouTube bei Battle Brothers vorbei, werde ich euch später auf Twitch auf verlinken. Genau, und, äh, umgekehrt, natürlich auch in der Videobeschreibung zu finden, der Ranger und Gaios natürlich auch. Richtig. Ja, aber ich glaube, den muss ich ehrlicherweise mittlerweile niemandem mehr vorstellen, weil er also geil ist und wir haben in der Vergangenheit doch irgendwie viel kooperiert, das heißt, ich glaube, die meisten Leute sollten mittlerweile, also die unsere Videos schauen, auch Gaios kennen, hoffe ich. Boah, wer weiß das schon? Das kommt, glaube ich, bei uns, bei uns allen neue Leute dazu, habe ich so das Gefühl. Ja, aktuell gibt es natürlich noch mal einen ordentlichen, äh, Schub neue Leute, das ist ganz klar, keine Frage. Oh, das ist, das ist krass. Bei mir als, ich bin ja kein Age of Empires streamer, bei mir hält sich das tatsächlich in Grenzen. Was machst du denn hauptsächlich? Ähm, Grand Strategy, wie Paradox-Spiele, Toad War. Ja, ja, so Europa-Universales, Crusader Kings, so ungewöhnliches. Die schönen klassischen Spiele. Oder Company of Heroes, ja. Also Company of Heroes und Man of War, also mehr so zweiter Weltkrieg, Echtzeit. Okay. Mhm. Ich habe sehr gerne, äh, Donut V2 gespielt, was ja, also so vom Spielprinzip her relativ, äh, äh, ähnlich ist wie Total War, äh, nicht, sorry, nicht wie Total War, wie Company of Heroes, was auch naheliegend ist, ich meine, ist ja auch selber Entwickler, aber... Ist auch der Entwickler von Age of Empires 2 sogar, äh, 4. Ja, ja, ich weiß, Relic war hier beteiligt. Ich bin nicht unbedingt glücklich damit, muss ich gestehen, weil, ähm, aus persönlicher Historie heraus, haben sie bei mir so ein paar Sympathien verscherzt, damit, dass sie, äh, Age of Empires, äh, sorry, nicht Age of Empires, Donut V3 nicht verbockt haben. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das ist leider ziemlich gefloppt. Also, wenn du dich mit dem Developer so ein bisschen auskennst, dann weißt du was auch sicher, dann muss ich dir das nicht erzählen, aber... Ähm, da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht von, weil, also, das hat schon... ...eines meiner liebsten Franchises halt ein bisschen ruiniert. Äh, mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich mit meinem Speer gar nicht umgelaufen bin, sorry dafür. Irgendwie... Ach, Gaius. ...hab ich das verdrängt. Wer braucht schon Schafe? Stimmt, Schafe. Ja, ich brauch halt nur Bärensträucher. Deswegen kam ich jetzt erst drauf, ich müsste mal noch mein Hinterland erkunden, wo wieder Bärensträuche sind. Aber ihr habt bestimmt dafür umso mehr Schafe bekommen, das ist doch auch schön. Ach, Gaius. Danke für 100 Witz, bei uns da. Oh Gott. Bekommen schon Feinde, oder was? Nee, ich bin bei denen ins Dorfzentrum reingelaufen. Ich mag diese zielsuchenden Pfeile nicht. Ja, das ist leider bei Age of Empires 4 ein bisschen schade. Also es gab in allen Age of Empires Spielen vorher die Möglichkeit irgendwie zu dodgen. Also man konnte in Age of Empires 3 Kanonenschüssen ausweichen, wenn man wirklich gut war. Man konnte in Age of Empires 2 eigentlich allen Projektilen ausweichen. Und hier ist es leider irgendwie so, dass also die Projektile einfach immer treffen. Das ist so komisch gemacht. Ich habe ein Holzwellerlager an meinem Stein vorkommen gebaut. Ach Gott, ey. Passiert mir auch ständig. Das ist einfach mit den Hotkeys so ein bisschen murksig. So, ich habe meinen ersten königlichen Ritter am Start. Drei Moscheen, ne? Achso, wer immer gläubig. Das ist der Plan. So. Technologien on the way. Mandalore ist. Mandalore eröffnet. Ich glaube nicht, dass wir das nachpatchen. Nochmal bitte. Ich habe gerade mit meinem Chat gesprochen. Das kam gerade, ob vielleicht das nachgepatcht wird, dass man den noch dodgen kann. Ne, das glaube ich nicht. Also auch nicht. Das ist so eine grundlegende Spielmechanik. Ich glaube, das ist einfach halt eine Entscheidung, die getroffen wurde, die man halt mögen kann oder nicht mögen kann. Aber ich glaube, da wird nicht mehr viel dran gerüttet werden, leider. Glaube ich auch nicht. Außerdem kennt mich Relics Patch-Politik. Ja, wobei man den Fans selber sagen muss, hier in dem Spiel hat ja nicht nur Relic mitgearbeitet. Die haben zwar die grundlegende Arbeit geleistet, aber also Forgotten Empires hat da ja auch noch viel mit geholfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Forgotten Empires ist ja im Prinzip ein Studio, das aus Modern hervorgegangen ist. Also die hauptsächlich Fans des Franchises waren und da viel Harzboot reingesteckt haben, Mods dafür geschrieben haben und so. Und die sind doch sehr engagiert und versuchen also wirklich das Beste für die Spiele rauszuholen. Insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass die jetzt im Nachhinein den Support für das Spiel übernehmen werden. Also ich glaube nicht, dass Relic durchgehend jetzt irgendwie die Dinge entwickeln wird, die DLCs und die Patches für das Spiel. Oder zumindest nicht hauptsächlich. Sollte ich damit richtig liegen, dann bin ich doch recht optimistisch, was die Zukunft des Spiels angeht. Aber wie gesagt, ist nur eine Vermutung. Ich weiß es auch nicht. Oh, der Unterschied hier gerade bei den Technologien ist 2 und 5 Minuten. Krass, okay. Durch meine Moscheen bin ich jetzt 3 Minuten schneller. Ja, ist doch gut. Ich habe auch extra eine zweite Schmiede schon gebaut, dass ich auch da schon die Upgrades schneller bekomme. Er hat ein offensives Dorfzentrum gebaut bei mir. Brauchst du Hilfe oder kommst du klar? Ja, so offensiv ist es nicht. Offensives Dorfzentrum, okay, krass. Wir sind auch recht nah auf der Karte beieinander. Ich bin ganz froh, dass ich in der Mitte bin. Das heißt, ich hoffe, ich bin nicht gleich das erste Ziel. Weil ich werde jetzt dann gleich agen können. Und dann baue ich schön Elefanten. Wenn man von Age of Empires 2 Jargon als Pocket Player bezeichnen würde. Jetzt ist es für mich noch ein bisschen neu, so diese Bezeichnung. Aber ja, habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Du bist einfach der, der in der Mitte sitzt, also sprich nicht an der Flanke und dem entsprechend halt geschützter ist und mehr Möglichkeiten zu boomen hat. Genau, richtig. Richtiger Boomer. Ein richtiger Boomer, das ist jetzt auch der Plan. Ach, ich brauche ja gar nicht so viel Gold, ich hält. Was nehme ich denn, komplexes Verteidigungs- oder Haus des Lernens? Ich finde das Haus des Lernens persönlich sehr gut. Ja, ich glaube, das nehme ich auch. So, jetzt wird geaght. Ja, ich wärmstens empfehlen. Und jetzt wird noch mehr Armee gebaut, Schießstände und ein Stall. Ja. Das Dorfzentrum von ihm ist eigentlich raus jetzt schon. Oh, du pusht da schon. Das ist ja nicht schlecht. So, ich hab dann gleich drei Schießstände und einen Stall zur Verfügung, aus denen dann Elefanten kommen können. Aber ich müsste noch ein bisschen mehr auf Wirtschaft gehen, sonst habe ich nicht die Ressourcen dafür, fällt mir gerade auf. Das heißt, ich brauche Holz und Stein. Ha. Wenn du jetzt geaght bist, solltest du auf jeden Fall ein zweites Dorfzentrum mindestens mal priorisieren, tendenzwünse Galierenbrot. Das sehe ich auch so, ja. Ja, deswegen baue ich jetzt doch gleich mal vom Stein hier ein bisschen was ab. Marienbrot von Hansa. Und nochmal drei Gelehrte, dann habe ich wenigstens drei Gelehrte bei drei Moscheen. Am besten sollte man sogar fast noch auf vier Moscheen gehen, wenn man ungefähr gleich dabei sein möchte, aber es geht jetzt einigermaßen auch so. Schmiede-Upgrades habe ich noch nicht schon. Ähm, je nachdem mit welchem Wunder du ins zweite geätscht bist, hast du auch die Möglichkeit, ach nee, stimmt nicht, das hat nichts mit dem Wunder zu tun. Das kannst du in der Moschee erforschen, dass du Gelehrte auch in Produktionsgebäude einquartieren kannst. Dann habe ich schon erforscht. Okay, sehr gut. Ja. Dann muss ich es dir ja nicht erzählen, dann weißt du ja sowieso schon alles. Dat weiß ich zum Glück noch, ja. Wie viel kosten die nochmal dann gleich, die Elefanten? Äh, oh, die kosten ja mehr Gold als Nahrung. Shit. Also die Bogenelefanten kosten 600 Gold, 400 Nahrung und die Nahrkämpfelefanten kosten 600 Gold. Kann mir Bogenschützen. Ja, äh, entweder Schwerkämpfer oder Bogenschützen, beides funktioniert. Dann bleibe ich bei meinem Bogenschützen. Wieso kann ich kein Upgrade für Stein machen, Berger bei der Lage? Ähm, manche Völker haben das in einem Upgrade. Ah, okay. Das ist doch ein guter Hinweis. So, jetzt gehen wir mal bitte stärker auf Gold. Warum habe ich denn so wenig Holz? Ach so, ja, klar, wegen dem... Ah, ich brauche mehr Gold. Noch mehr... Äh, noch mehr Holz. Ein bisschen Holz, bitte. Ha. So. Perfekt, jetzt kann ich gleich ein neues Dorfzentrum bauen. Wo baue ich denn das am schlauesten? Am besten bei den Bärensträuchern im Hintergrund vielleicht. Ja, why not. Bauen wir es doch mal dort. Und es kommt ein weiterer... Oh, noch nicht. Komm, Kriegselefant bitte, wollte ich sagen. Perfekt, dann habe ich gleich zwei. Und weitere Upgrades, bitte, on the way. So. Die wichtigen Upgrades sind eigentlich alle am Laufen. Ich bin sehr zufrieden. Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn... Wenn es läuft, das ist doch immer schön. Ich wurde ja zum Glück jetzt auch nicht unter Druck gesetzt. Das ist also für mich genau richtig so mit dem schnellen H3. Ja, ja, das hat sich... Dadurch, dass... Also, überhaupt nichts bisher... Okay, die sind zu zweit bei mir. Ritter sind jetzt noch da. Äh, wo bist du? Du bist, dort. Ja, ich komme... Ja, ich schicke dir meine Ritter rüber. Ja, ich komme auch mit den... Meines ist natürlich super langsam. Hm... Die bilden, heller, wollen wir bitte. Ich komme mir noch nicht so ganz klar mit. Ja, wie gesagt, also du hast völlig recht mit deinem Eindruck, dass sie am Anfang irgendwie ein bisschen, äh... schläfrig sind, um aus die Pöte kommen. Das, äh, den Eindruck habe ich auch absolut. So, ich hole mir jetzt mal direkt die Reliquien, weil ich habe ja so viele Gelehrte, fällt mir auf, hier sind überall Reliquien. Ja, ja. Ich bin jetzt auch fast da mit meinen 16 Rittern. Das heißt also, wenn du magst, können wir da auch, äh, gleich ein bisschen Bambunde machen. So. Okay, komm mit. Ein untritiger Doppbewohner. Schande über ihn. Vielleicht können wir sogar das Dorfbogenschützen einreißen. Hm. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also die Kameelbogenschützen sind, wenn ich das richtig erinnere, ganz gut gegen... Ah, ihr greift hier schon auf der linken Seite an. Ja, komme ich mit. Ja. Die Kameelbogenschützen sind, wenn ich das richtig erinnere, ganz gut gegen Kaff. Also, aber es sind recht wenige im Moment noch. Ja. Da habe ich ausgenockt. Der will da auch schon... Guck mal, er baut da auch schon Stelle. Ich gehe mal eben auf die Dorfbewohner. Die Mongolen habe ich auch schon öfter gespielt, Patpat, ja. Ähm. Das Problem kenne ich nicht. Ich schreibe mir die Sperrträger. Man, die Elefanten fängt so ewig kalt. Der muss ja noch eine Kaserne haben, irgendwo hier oben auch noch. Ja. Oh, an der Kammer in der Ritterzeit, ja. Ja, ja, da steht es ja auch direkt. Ich habe die Kaserne gefunden. Hier sind von allen drei geworden jeweils eins. Ich gehe auf die Echo von ihm. Mach mal. Du kannst allerdings gucken, also, äh, er sammelt hier immer noch wieder so ein paar Sperrkämpfer an. Also, wenn du die losreden würdest, das wäre super. Aber die schickt er gerade zu meinem Bogenschiff. Okay. Also, ich habe jetzt auch sein Gebäude, mit dem er die bauen kann, abgerissen. Als nächstes nehme ich mir jetzt zusammen mit Gaius hier seinen Stall vor. Genau. Schöne Arbeit. Läuft ganz gut. Meine Elefanten reißen halt auch super schnell alles ein. Ach, hier laufen noch mehr? Wenn du die Ritter runterschickst, dann könnten wir vielleicht noch ein paar mehr von seinen... Äh, von seinen Dorfbewohnern kriegen? Ja, ja, hast du recht. Ja, ich kann ja mal schnell sein Dorfzentrum einreißen mit den Elefanten. Ja, ja. Du kannst dich da mal nützlich machen, Gaius. Das finde ich eine gute Idee. Ich baue übrigens auch hier ein Front-Dorfzentrum. Werde da zukünftig weitere Produktionsstätten aufbauen. Meine Ritter sind mir leider auf dem halben Blick stehen geblieben. Die Elefanten-Machineries angeworfen worden, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir bei ihm in der Basis. Das ist natürlich auch schön. Jo. Nehmen wir mal seine Wood-Line auseinander, wie der H2-Profi so schön sagt. Gibt's das so nicht in, äh, H3? Äh, in H3 sind die Wälder nicht so klar definiert. Das heißt, also du hast in dem Sinne, also auf den meisten Karten nicht so klare Wood-Lines. Ja. Deswegen ist das so richtig eingebürgert. Also, das Konzept natürlich an sich schon, aber... Ähm, wo sind meine Reliquien? Hä? Wieso werden die mir nicht in der Moschee angezeigt, dass ich die da hab? Die müssen da... Also, wenn du über die Moschee gehst, dann sollten da auch die Reliquienzeichen angezeigt werden. Unter dem Lebensbalken. Tun sie aber nicht. Aber die sind weg von der Karte. Sind die verschwunden? Haben die... Hat jemand anders die schon genommen von denen? Hä? Also, es kann... Also, es kann sein, dass sie halt eingesammelt wurden, bevor du sie einsammeln konntest. Aber das war genau... Also, da war auch eine dabei, die war hier im Eck. Ich hab da halt mit Schiffbefehlen gearbeitet und meine... Meine Gelehrten sind wieder da. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Kann es sein, dass die in... Kann es sein, dass die eventuell in einer Moschee abgeliefert haben, wie du gerade nicht auf dem Schirm hast? Das müsste... Nein, die sind da wieder gelandet, wo ich sie hingeschickt hatte. Keine Ahnung, kann ich mir jetzt nicht erklären. Ich hab sie verschwinden lassen. Verwirrend. Also, Lila hat auf jeden Fall Ohr und nicht Schaden bekommen. Ja. In der Tat, ja. Schauen wir mal zu Lila weiter, oder? Hier zum nächsten. Finde ich auch so, ja. Da auf Zentrum. Ähm. Ah, dafür jetzt ein bisschen die Nahrung. Ah. Das ist natürlich für die Nahrung. Oh, das ist überall bei mir die Nahrung weg. Hm, das ist ja toll. So. Brauchen wir mal einen Marktplatz auch noch, bitte. Danach hier, das da. Oh, das hat meine Siedler hier umgebracht. Da war ich ein bisschen zu... Hier ist ein Ritter, falls da jemand schnell in der Nähe ist. Ziemlich viele sogar. Da sind ganz viele Bogenschützen gerade. Oh, ja, da sind ziemlich viele Ritter bei dir. Ich lauf mal zurück, so bevor die da durch unsere Basis, äh... Amok laufen. Der wird wahrscheinlich hier gleich zu meinen Gold-Siedlern kommen, deswegen ziehe ich die schon mal zurück, sicherheitshalber. Oh, ne, der ist oben bei dir, der ist jetzt bei Rot. Ja, ja, ich weiß, ich lauf da wie gesagt gerade hin. Ich, äh, sehe nur gerade auf der Karte, weil irgendwie der Zoom so unglücklich ist, gerade einfach nicht von meiner Ritter abgegeben sind. Habe sie jetzt aber gefunden, zum Glück. Ja, da habe ich sie auch das letzte Mal gesehen, aber... Okay, die sind nach Norden rausgeritten. Die sind weg. Okay. Wagerlich. Okay, ja, können wir nichts machen. Das wird doch gewohne, habe ich denn jetzt gerade... Ach, das sollte reichen. So. Diese Häuser auch nochmal alle gebaut werden würden, wäre das gar nicht so schlecht. Dankeschön. Jetzt halte ich mich nicht an meine eigenen Regeln und baue hier die, die, die Felder mit Schiffbefehlen. Das ist doch also... Ja, aber das ist halt einfach schneller. Wir sind hier? Äh, ja, okay, ich komme. Schau mal. Wieso greift meine Elf nicht gescheit an? Hallo, Angriff, Angriff, Angriff. Nein, nicht meine Siedlern töten. Ach, jetzt habe ich mich verdrückt. Halt es hier. Ja, ja, ich habe sie gesehen. Ich gucke mal, ob ich da hinkomme, wo er ist. Ich denke, ich sollte ihn kriegen, ja. Ja, die kriegen wir. Ah ja, perfekt, ich habe die im Griff, dann gehe ich da mal wieder zurück. Dann können wir gleich bei der Front vielleicht ein bisschen Druck ausüben. Ich habe hier eine Festung aufgebaut mittlerweile. Ich habe beschlossen, dass Flucht sinnlos ist und, äh, stellt sich jetzt auch den Können. Regliche Flucht ist ja auch... ...ergeben sie sich. So, das ganze, das ganze Holz brauche ich hier nicht. So. Okay, so, jetzt muss ich jetzt mal meine ganzen Ritter aus dem... ...aus dem Hintergarten kratzen. Warte mal, weißt du, was ich jetzt mal machen werde? Die mal aus... Schau mal, die tragen diese Reliquien noch. Die sind hier. Das erklärt, wo sie abgeblieben sind. Ist ja modisch, dass sie... Ach so, die sind einfach in die Moschee rein, anstatt die Reliquien da rein zu tun. Oh, wow, hätte ich jetzt so viel Zeit schon sparen können. Nochmal bitte, die können... ...die können tatsächlich in die Moschee reinlaufen mit der Reliquie in der Hand. ...ohne die Reliquie in der Moschee abzuliefern. Richtig, das ist sehr verwirrend. Was ist denn für eine Grütze? Das ist auch super verwirrend. Das muss ganz dringend gefixt werden. Die müssen in dem Moment, wo die sich einquartieren, auf jeden Fall auch die Reliquie da lassen. Sonst wäre das ja also... Äh, hier sind viele Feinde. Sperrkämpfer. Ich komme. Ja, tatsächlich. Die wollen zu mir. Ups. Also, ihr könnt da gerne mal hinlaufen. Ich mache hier im Gegenzug die Briten weg. Wo? Einmal markieren wir mal bitte. Also, die Sprechkämpfer sind da. Oh, da oben. Okay, ich bewege mich dahin. Wäre da aber mal ein bisschen Hilfe auch durchaus dankbar. Die machen da nämlich jetzt gerade mein zweites Dorcentrum platt. Ist hier noch irgendwo... Ja, ich greife jetzt mal mit den Elefanten vorne an, okay? Äh, auf... Auf die Kathedrale vom Bogenschützen-Typ. Ich bringe meine Einheit nach hinten. Ja, mein zweites Dorcentrum ist jetzt Matsche. Boah. Kommt mal nicht schnell genug rüber. Ich bin auf der anderen Seite. Der Kratz ist quasi. Das ist ungünstig. Da werde ich jetzt erstmal ein Versiedler verlieren, auf jeden Fall. Und halt das Loch zu hoch. Oh, shit. Da verliere ich jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Ich habe vor allem schon überall gerade geirrische Einheiten. Also der hat da hinten ziemlich sicher auch Gebäude gebaut, weil da ist auch ein Haus von ihm. Ja. Glaube ich auch. Okay, meine Elefantenversorgung hier. Kapituliert bestes. Mal hier den Nahkampf bitte mit. Brauchen wir ein paar Nahkampf-Elefanten. Oh, Klamocha hat kapituliert. Ja, den habe ich gerade fertig gemacht. Danke, Tamentis. Also ich hatte wie gesagt zwei von den Armeen da vorne eben ausgeschaltet. Also die hatten nur Bogenschützen da stehen. Da bin ich einfach einer mit dem Rücken drüber. So, dann bin ich halt jetzt auf grün. Jetzt ist er hier hinten aber endgültig in meinen Siedlern drin. Also so langsam wäre ein bisschen Unterstützung wirklich hilfreich. Ich habe leider nach wie vor nur Ritter, die ich da natürlich reinschicken kann. Aber das wird neuer. So, jetzt brauche ich hier mal dringend Felder, Freunde. Nein, das sind mittlerweile auch so gleiche imperiale Ritter. Hä, jetzt haben die schon wieder diese Reliquien da raus. Was machen die denn? Okay, irgendwie ist das alles strange. Frag mich nicht. Die wollen, die wollen das wertvolle Zeug nicht außer Hand. Können die da jetzt mal bitte in diese Mo- Ne, die Muschi können die ja gar nicht. Hä? Aber jetzt kann ich da nicht mehr rein mit meinen, in die, in die, in die, in die Moschee. Verwirrt. Okay, egal. Schicke ich die jetzt an die Front einfach. Ah, hier ist ne Steinmauer. Na ja dann. Vielleicht sehen wir mal gleich französische Ritter gegen Elefanten. Wer wird gewinnen? Ah, ne, die wollen zum Beispiel der Ritter. Die Ritter passen effizient. Okay, die ganzen Schwerkämpfe hier hinten habe ich jetzt ausgeschaltet. Jetzt muss ich ganz dringend mal gucken, was da hinten eigentlich abgeht. Also, ob da noch, äh... Äh, ob da noch, äh, wie heißt das, ähm, Gebäude von dem Produktionsgebäude stehen oder ob das tatsächlich nur... Oh, jawoll, Ranger ist auch in der Imperial-Zeit, apropos habe ich schon alle Upgrades, ich glaube nämlich noch nicht, oder? Ach, ach, ich bin gar nicht in der E. Ah, ich habe mich ja dann gegen das Age entschieden, richtig. Äh, ich brauche mehr Nahrung. Das beantwortet die Frage, glaube ich. Habe ich schon alle Upgrades aus der Imperial-Zeit? Ja, genau. Ich brauche zu viel Holz, mein Mikro ist gerade nicht so perfekt, oder mein Makro, ein bisschen besser. Ey, der kommt bei dir, bei Rot, mit Rittern. Der kommt bei mir mit Rittern, oh oh. Ja. Okay, hier oben ist ein Haus auf jeden Fall, hier sind mehrere Häuser, okay, hier ist auch eine Kasern, hier sind mehrere Kasernen auch. Das erklärt, wo die ganzen Schwerkämpfer hergekommen sind. Also, ich bin jetzt in der grünen Basis, bei Undercover drin. Ah, er ist aber auch bei mir. Oh, aber ich habe da keine Siedler, also alles gut. Wie war denn, das konnte man jetzt Häuser bekehren, nee, ne? Aber ich kann doch Siedler bekehren, irgendwie. Oh, lo, lo. Ah, schade, schade. Leider, leider haben meine Bogenschützen von den Elefanten schon die Kavallerie down gemacht von ihm. Schade, sonst hätte ich die... Du hast gerade ein Wahrzeichen verloren, ich weiß nicht wo und was, aber du hast gerade ein Wahrzeichen verloren. Oh, schade. Ja, tatsächlich. Haus des Lernens, what the hell. Ich war halt gerade völlig in der anderen Base, das baue ich mal schnell wieder auf. Schieß! Achso, du hast da Bienennester, ja, Gott sei Dank. Haben euch schon mal einen Marktplatz gedauert? Ja. Ja, mittig bei mir jetzt allerdings. Ich habe jetzt hier hinten gleich alle Gebäude von denen weg und dann schicke ich euch meine 50 Ritter wieder frei. Ich habe hier auch alles zerstört. Bis dahin sollten es von denen wieder 50 sein, hoffe ich. So, ich baue mal wieder alles auf. Ach, verdammt, hier unten stehen auch noch vier Ritter. Was tun sie da? Wo ist denn hier noch Gold? Hier ist noch Gold. Das geht uns gerade rapide zur Neige, das ist ja auch mein Problem. Jetzt wollen die mich hier angreifen. Mit meinen ganzen Elefanten da, das will ich doch sehen. Warum schicke ich jetzt meine Gelehrten nach vorne? Kann ich jetzt, ach, ich kann auch keinen Wololo wieder machen, schade. Dann halte ich mit dich lieber ein bisschen zurück. Achso, meine ganzen blöden Hütter, wenn die jetzt unten wieder dann bis zum Nutzig machen gehen. Habt ihr denn euer Marktplatz? Äh, also meine stehen ganz am Kartenrand da. Meiner ist hier, ziemlich mittig leider. Ich nehme einfach mal einen Deohus, Marktplatz. Ich brauche eher Nahrung, wenn jemand hat, niemand Nahrung übrig. Äh, ich habe noch 3000, ich kann dir ein bisschen geben, was du brauchst du? Ja, so 1000 oder irgendwas wäre nicht schlecht. Danke schön. Dabei kommen die Stoffe-Männer brauchen wir eigentlich nicht mehr. Hier ist Volch. Was ich jetzt gerade nochmal weggenommen habe. Ja, ich habe in meiner Basis auch noch eine Goldmine. Die werde ich jetzt noch abfrühstücken und dann... ... habe ich meine ganzen Hütter abgegeben. Da sind wir. Ich gehe jetzt erst mal ins vierte Zeitalter, würde ich sagen. Ja, das wird mal eine Zeit bei dir, das glaube ich auch. Äh, Hisarga hat den Sultanspalast. Ich denke, der Sultanspalast ist so stark. Zwei, zwei haben kapituliert schon. Dass ich nur den Sultanspalast nehme. Hm, ich finde, der baut aber die Elefanten recht langsam. Naja, wenn du da gelebt reinbockst, dann ist es schnell genug, finde ich. Hallo. Ihr seid einfach hier so rum. Ah, hi Mörb, grüß dich. Hallo Mörb. Grüß dich. Ja, richtig. Ich habe eigentlich Mörb gefragt, ob wir gleich noch mal zacken wollen. Äh, ich hatte ihn ja jetzt noch vertröstet, weil ich gerade noch bei euch rumgehangen habe und gesagt habe, ich könnte jetzt mit euch noch mal eine Runde vorher zocken. Und, äh, jetzt ist er... Ich habe nur geplaytestet, tatsächlich. Ja, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann kommt der Prophet eben zum Berg, nicht wahr? Richtig. So, also seid ihr gerade in der Runde oder nicht? Ja, genau. Aber wir sind ziemlich in den finalen Zügen der Runde. Ja. Die Elefanten überrennen alles. Ja, okay. Wer ist jetzt überhaupt noch übrig von denen? Nur noch lila, ne? Ja, der bewegt gerade seine Dorfbewohner nach hier oben rechts. Dann komme ich doch mal mit meiner Elefantenhorde da hoch. Hat einer Belagerungsgeräte? Ich kann in den Runden zunglafen, aber... Ja, ich habe nur meine Artillerie. Ja, aber reichen die gegen Bogen? Das ist die Frage. Ich habe gerade mal das mit den Chinesen an hier. Uh, die Chinesen sind auch eine Herausforderung. Also so ganz durchstiegen habe ich die auch noch nicht, muss ich gestimmen. Also ich muss ja den Guide zu ihnen schreiben und ich habe gerade eben festgestellt, also... Ja, also die sind so auf Daily-Niveau, bloß anders. Aber ich finde sie ein bisschen komplizierter noch als Daily, muss ich zugeben. Ich sage bloß, die sind auf Daily-Niveau, aber ich... Also ich habe die gegnerische Armee gefunden, die besteht im Prinzip nur aus Pikes. Also man muss sagen, die Chinesen sind eigentlich richtig krass defensiv, wie ich finde. Ja, zumindest im Early. Auch später bekommen die ja, als zumindest das Gebäude angeht, jetzt nicht unbedingt die mega krassen Produktionsgebäude. Das Einzige, was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass sie halt ein extrem starkes Gebäude haben, dieses Spione des Kaisers. Da kriegst du halt raus, wo die Bauern der anderen Spieler rumlaufen und da kannst du halt gezielt zuschlagen. Also du kriegst halt dadurch eine Feind-Aufklärung, ne? Ja, aber... Jetzt konnte ich schon wieder keine Bekehrung hier machen. Die kommen so schnell weg, das ist eigentlich nicht möglich. Wenn der Spieler da einigermaßen aufpasst, kannst du niemanden in dem Radius bekehren. Aber das wäre halt auch... Also ich meine, es ist ja super... Ja, ja. Also High-Risk, High-Resort. Das wäre schon sehr stark, ich weiß. Ja gut. Ja, die Spezialbelagerungsgebäude. Ja, die sind sicherlich sinnvoll, aber die sind auch teuer, ne? Das darf man nicht vergessen. Meinst du jetzt ein Uhrenturm, oder wovon sprichst du? Bienennest zum Beispiel oder so. Also ich habe jetzt gerade eben keine gebaut gehabt. Ich habe erstmal nur die Mauern ausprobiert. Moment, redest du jetzt von Belagerungsgeräten oder von Belagerungs... Gerät. Ich dachte, du hättest gerade von Gebäuden gesprochen. Wie viele sind, haben wir diesen Uhrenturm, mit dem sie stärkere Belagerungsgeräten brauchen? Ja, da schreibt schon okay, GG, schönen Abend noch. Ja, ja. Ja, GG. Das Ding hatte ich aber halt nicht viel, weil sie sind geforscht noch gehalten. So, die Elefanten reißen hier noch alles ein, herrlich. Herrlich. Deine Bienennester machen auch gute Arbeit. Ich musste hier zwei von den... Von den... Von den... Äh... Dark-Bieden selber kaputt machen. Ich bin enttäuscht, Gaios. Wusstest du? Ja, ich musste übrigens... Ich habe die gesamte Armee vernichtet, by the way. Die ist auf mich gegangen. Das waren alles Sperrkämpfer. Ich habe die trotzdem platt gemacht mit Elefanten. So, ich muss jetzt erstmal direkt aufs Klo. Ja, wir schauen uns erstmal schon die Statistik an, würde ich sagen. Ähm... Ne, ich habe nur zwei gebaut, aber ich habe meinen... Also ich baue mein zweites Dorfzentrum aus Frankreich immer direkt am Anfang vom zweiten. Dementsprechend fange ich halt recht früh an. Ja, okay. Dann mit der erhöhten Geschwindigkeit bist du da natürlich richtig stark dabei. Und... Äh... Ja, aber ich war dann so nach einer Zeit auch der Zweitstärkste, was die Dorfwohner anging. Ich glaube, das hat auch so gereicht. So wie viel waren das? So 100 vielleicht? Hat glaube ich so gepasst. Was haben wir hier noch? Anzahl Militäreinheiten. Der Clam-Matcher, der hatte einmal eine riesige Armee. Die habe ich einmal mit den Elefanten down gemacht. Und dann war er raus. Ähm... Man muss ehrlicherweise sagen, ich hatte dem vorher aber auch schon einmal die Armee zusammengehauen. Wenn du in die Zeitlinie guckst, es gab dieses eine Engagement, wo... Lila... Und... Äh... Wo Lila und... Und... Ähm... Pink... Äh, nicht Pink, Violett... Beide so relativ viel von ihrer Armee verloren hatten. Da war ich einmal mit den Rittern in deren kompletten Bogenschützenarmee drin. Und... Äh... Auch sehr stark. Da hatte er einfach keine Lust mehr. Ähm... Ja, danach ging es irgendwie auf, bergab. Gut, meine Elefanten waren... Meine Elefanten werden hier natürlich auch nur als einzelne Einheiten angezeigt. Deswegen sieht es aus, als hätte ich so wenig gehabt. Aber... Äh... Das muss jetzt alles mal sechs zählen. Dann sieht man erst mal, was für eine Armeemasse ich hatte. Mit Elefanten. Ähm... Das war nicht schlecht. Weißt du, wusstest du übrigens... Ich dachte nur, ich erwähne das mal. Das ist ein bisschen unauffällig. Aber du kannst... Unten gibt es so einen blauen Schiebebalken, mit dem du die Statistiken auch noch verschieben kannst. Ja, ja. Das ist... Ich habe mich am Anfang auch voll dumm gefühlt, dass ich den nicht gefunden hatte. Aber der ist auch super versteckt. Aber ja, danke, dass du es sagst. Aber ich kenne ihn schon mittlerweile, ja. Äh... Frage von euch. Äh... Von euch ist keiner live, oder? Weil ich bin nämlich gerade nicht live. Doch. Äh... Gaius und Ranger, wir sind beide live. Und... Okay. Hallo, Kani. Danke fürs Abo. Ähm... Genau. Und hier Militär... 186 Kills. Ich habe 186 Kills gemacht mit den Elefanten. Ja, krass. Also ich wollte mal fragen. Also ladet ihr demnächst ein, oder? Ja, wir bringen das jetzt zu Ende. Ja, okay. Ja, es ist gerade noch dabei, die Statistik durchzuquatschen. Aber, äh... Genau, wir sind jetzt, denke ich, auch schon durch. Also eine schöne Runde. Ähm, haben wir nett gewonnen. Ähm, am Ende des Tages halt so mit deinem, ähm, relativ schnellen Fortress und den daraus resultierenden Elefanten und Sieg nach Hause gebracht. Und, äh, ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen Flackenschutz geliefert. Das hat, äh, ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Und, ja, man sieht und hört sich in zukünftigen Videos. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ja, macht's gut, liebe Zuschauer.